Tumormarker, Krebsmarker Tumormarker sind Eiweißstoffe, die in Zusammenhang mit Tumorerkrankungen stehen können. Sie werden entweder von Tumoren selbst oder in ungewöhnlich großen Mengen vom Körper als Reaktion auf die Erkrankung gebildet. Meist handelt es sich um bestimmte Proteine, aber auch Hormone, Antigene und Enzyme kommen in Betracht. Tumormarker lassen sich in Blut, Urin oder Körpergeweben nachweisen. Tumormarker ungeeignet zur Früherkennung Tumormarker lassen sich bei vielen an Krebs erkrankten Menschen nachweisen. Allerdings sind einige dieser Marker, wenn auch meist in niedrigerer Konzentration, auch bei gesunden, tumorfreien Menschen nachweisbar. Sie können etwa durch Entzündungen im Körper zeitweilig erhöht sein. Nur weil der Tumormarkerwert erhöht ist, muss das also nicht zwingend heißen, dass der Patient tatsächlich an Krebs erkrankt ist. Viele Tumormarker sind zudem nicht spezifisch für eine Krebserkrankung, das heißt, sie können bei unterschiedlichen Krebsarten nachweisbar oder auf eine andere Ursache zurückzuführen sein. Gleichzeitig produziert nicht jeder Tumor solche typischen Marker. Eine Krebserkrankung kann daher umgekehrt auch nicht allein dadurch ausgeschlossen werden, dass kein Tumormarker nachweisbar ist. Die Mehrzahl der Tumormarker eignet sich daher nicht zur Früherkennung und Diagnosestellung von Krebserkrankungen. Tumormarker zur Kontrolle der Behandlung? Eine wichtige Rolle spielen Tumormarker bei der Verlaufskontrolle einer Krebserkrankung. Sie geben den Medizinern Aufschluss darüber, wie gut die gewählte Therapiemethode anschlägt. Ist der Wert eines Markers anfangs hoch und sinkt er mit Fortdauer der Chemotherapie oder Bestrahlung, weist dies auf ein Schrumpfen des Tumors hin. Umgekehrt deutet ein Steigen des Wertes an, dass der Tumor möglicherweise wieder wächst. Die Bestimmung eines Tumormarkers ist nur einer von vielen Wegen zur Diagnose bzw. zur Bewertung einer Krebstherapie. Ausschlaggebend bei der Wahl der richtigen Behandlungsmethode bleiben bei den meisten Krebsarten die TNM-Kriterien, Größe des Tumors, Lymphknotenbefall, Metastasen, und die Beschaffenheit des Tumors. Wichtig, Ärzte verlassen sich niemals nur auf einen Tumormarker, sondern ziehen auch andere Untersuchungen heran, um den Therapieerfolg zu beurteilen. Hilfe bei Erstellung einer Prognose Die Art und das Stadium der Krebserkrankung, die TNM-Kriterien, die biologischen Eigenschaften der Tumorzellen sowie das Alter, der allgemein Zustand und Vorerkrankungen des Patienten, aus der Kombination all dieser Faktoren versuchen Krebsspezialisten, eine Prognose für den Patienten zu erstellen. Auch in diesem Bereich können Tumormarker zum Einsatz kommen. Wichtig, trotz aller wissenschaftlich anerkannten Untersuchungsmethoden lässt sich der Krankheitsvorlauf bei einem Patienten nie genau voraussagen. Häufige Tumormarker zu den wichtigsten Tumormarkern gehören, C.A., Carcium Benalis Antigen Carcium Benalis Antigen AFP, Alpha Ferroprotein K19-9, Carbohydrate Antigen 19-9 K72-4, Kanzo Antigen 72-4 K125, Kanzo Antigen 125-K15-3, Kanzo Antigen 15-3-Nse, Neuronenspezifische Enolase SCC, Squamous Cell Carcinoma Antigen Kyfra, Kytokeratin-Fragment HCG, Pomanes Coriungonadotropin-PSA, Prostataspezifisches Antigen HTG, Pomanes Thyroglobulin-MCA, Muzin-Liege Cancer Associated Antigen.